Leute, zu einem Video von dem Kevin LP. Heute kommen wir zu dem, äh, ja, Bestätigungsvideo, ähm, Thema, ich hatte mit euch eine Abstimmung gemacht. Ich fahre jetzt ja zwei Wochen nach Schweden, aber ich drehe das Video noch bevor ich nach Schweden fahre, ladet aber erst nach, ich aus Schweden wiederkommen zurück. Das heißt hiermit nach diesem Video am 29.06. ist die Abstimmung damit auch vollendet. Und, ja, das wollte ich nur mal euch sagen, Leute, also die Abstimmung ist jetzt beendet. Ihr habt, äh, sehr gut abgestimmt. Danke dafür. Übrigens an alle abgestimmt, an Leute, an ich glaube sieben Leute, kann ich mich bedanken für ihre, Abstimmung an diesem Video. Wenn ihr, wenn ihr weiter so fleißig immer mal was macht, dann mache ich weiter mal so Abstimmungen hier und da mal mit meinem Video. Und dann fangen wir so langsam an mit, wirklich professioneller werden. Also ich verbessere mich ja auch immer wieder ein bisschen und versuche euren Wünschen einzugehen und verlinke immer mal wieder ein paar Kleinigkeiten und müsst ihr mal gucken, ob euch das so gefällt. Und, ja, jetzt zeige ich euch gleich mal kurz unser Abstimmungsergebnis und dann, ähm, verabschiede ich mich auch schon wieder. Ja, das ist nicht so lange das Video. Naja, ähm, die Abstimmung ist halt somit am 29.06. von mir abgenommen worden und, ähm, dass die Mehrheit des Spiels liegt bei Incessions Black Flag. Und da nur mal zur Information, was dort alles kommen wird. Vor allem werden öfter mal, erst die Mission machen wir zusammen durch, dann bauen wir ein bisschen was in, bei Incessions Street am Unfug. Schiffe untergehen lassen, Soldaten quälen, sowas halt eben. Ähm, und, ja, dann kommen wir auch noch zu nächsten Themen. Danach kommt wieder eine Abstimmung, was ihr sehen wollt und so machen wir das jetzt immer wieder. So könnt ihr immer mit teilhaben, was gespielt wird. Und ich bin sehr, übrigens bedanke ich mich auch, dass ihr incessions Street gewählt habt. Es ist eine meiner Lieblingsspiele, spiele ich sehr gerne. Und ich freue mich dann mit euch tatsächlich da spielen zu können. Und man, ich bin leicht krank. Heilschwerfte. Okay Leute, ciao. Wir gehen jetzt zum Live über, kurz, und dann, ja, sind wir schon wieder fertig. Bis gleich Leute. So, dann sind wir zum Live. Anzeigen und hier seht ihr. Da seht ihr das Ergebnis für Star Wars. Einer und Incessions Street Black Flag haben sechs Leute abgeschickt. Insgesamt habe ich sieben Antworten bekommen. Und damit wisst ihr, Mehrheit hat entschieden. Also, Incessions Street ist es geworden. Und ich freue mich dann, euch dazu sagen, dass ich ab dem, ja, nachdem ich aus Schweden wiedergekommen bin, was so gegen den 15. sein wird, ähm, anfange Incessions Street mit euch aufzunehmen und euch das zu präsentieren. Bis dann Leute. Ciao, ciao. Bis abonnieren nicht vergessen. Daumen nach oben nicht vergessen. Und wenn es euch besonders noch was am Herzen liegt, schreibt es in die Kommentare. Bis dann Leute. Ciao. 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 .